Ist ja so schüchtern. Was? Drache? Nein, nein. Wieso steht da Drache? Wieso steht da Drache? Warum? Moment, warum? Ich heiße auf Twitch Anime-Drache. Warum steht da Drache? Warum? Moment. Warum Drache? Jetzt hast du mich. Bruder, warum? Vielleicht. Was sagst du? Ah, Feedback. Feedback. Vielleicht? Ey, das ist... Moment. Das ist Ding. Playtendo. Playtendo. Du verarschst mich. Das ist Playtendo. Du verarschst mich. Warte mal, lass doch mal. Du verarschst mich. Warte mal, warum in der Erde jetzt die auf dem Wegle sind. Das ist jetzt gerade nicht dein Ernst. Warte mal, lass mich reinstellen. Wie? Wie? Woher wusstest du das? Woher wusstest du das? Ich bin in eurem Discord-Server drin. Ich bin gerade in eurem Raum drin. Und warte, die ganzen bin am lurken, am lurken, am lurken. Wann kommt ihr endlich mal rein? Lurken. Du bist bei uns im Voice-Channel? Ja, ist er. Der. Ich pack's nicht. Ich pack's nicht. Digga, du machst mich fertig. Und dann komm mit in den Channel und join us. Digga, du siehst so deprimierend aus. Was, bist du ein Furry? Oh mein Gott. Ich pack's ja wohl nicht. Wie geil ist das denn? Und ich bin so froh, dass ich's aufgenommen habe. Ich war sogar auf dem Moment dabei, wo du am strugglen warst, mit Voice-Meter. Oh, hör mir auf, Alter. Das hat mich so nervengekostet. Loll. Es ist echt so... Hä? Loll. Deswegen, ich wollte wissen, was ist da jetzt los? Was ist da jetzt los? Warte. Oh, Playtendo. Oh, Playtendo. Du bist jetzt im Fernsehen. Oh, du bist jetzt im Fernsehen. Du darfst jetzt alle grüßen. Alle deine Freunde. Also niemanden. Abonniert Playtendo. Was sagst du? Abonniert Playtendo. Ihr müsst nur bei Twitch nach Playtendo suchen. Dann findet ihr... Dann hat er sich fast verschluckt. Guck mal. Du weißt genau, auf der Con, wo wir waren, ne? Ja. Ja. Warte, schau mal. Was ich mir gegönnt habe. Du hast den Hoodie dir gegönnt. Oh, geile Arschritze. Da steh ich drauf. Oh, geile Arschritze. Oh, geile Arschritze. Oh, geile Arschritze.